Es war diese eine Aussage von Horst Seehofer hier im Bericht aus Berlin nach dem Anschlag eines Rechtsterroristen in Halle. Das Problem ist sehr hoch. Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamerszene. Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild. Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Und deshalb müssen wir die Gamerszene stärker in den Blick nehmen. Die Gamerszene. Seit der Bundesinnenminister das gesagt hat, schäumt genau diese Gamerszene vor Wut. Also die, die sagt, es gibt gar keine Gamerszene, was ja auch irgendwie richtig ist. Und schon sind wir in einer Diskussion, in der gerade sehr viele Dinge durcheinander laufen. Ja, und das sind Zeiten, in denen wir vielleicht auch sehr viel mehr über Rechtsterrorismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus sprechen sollten, als über Begrifflichkeiten. Wir sind an Medienmagazinen. Wir wechseln heute trotzdem auf diese Meta-Ebene, weil das zu dieser Sendung gehört. Und sprechen darüber, wie über das Gaming gesprochen wird. Und das machen wir jetzt mit Christian Schiffer. Er arbeitet als Journalist für den Bayerischen Rundfunk. Ist Mitherausgeber von WASD, ein Magazin für Gameskultur. Und jetzt bei WASD mit den Medien. Guten Abend, Christian. Guten Abend. Du hast es jetzt vermutlich schon oft genug getan, diese Debatte mal zu sortieren, die wir jetzt seit dem Anschlag von Halle mal wiederführen. Tu es doch nochmal einmal für uns. Ja, das ist glaube ich auch dringend notwendig, weil da einiges durcheinander geht. Also wir haben auf der einen Seite diese Aussage des Innenministers Seehofer, von der er sich allerdings, wo so ein Aussagen auch distanziert oder die zumindest relativiert hat, die eigentlich tatsächlich so ein bisschen so ein Rückgriff ist in längst überwundene Zeiten der Killerspieldebatte. Also eigentlich tut er ja eine Wirkungsdiskussion anstoßen, nämlich so mit unter der These, das sind Simulationen, das wird imitiert, was in den Spielen passiert. Deswegen müssen wir diese sogenannte Gamer-Szene besser überwachen. Auf der anderen Seite gibt es aber etwas, das er vielleicht gemeint haben könnte oder zumindest gemeint haben sollte. Nämlich es gibt innerhalb der Gamer-Szene, wie in anderen Szenen natürlich auch, Leute, die verquere Ideologien haben oder verqueren politischen Ideen anhängen. Und dieser Teil hat sich in den letzten Jahren radikalisiert. Und darüber müsste man sprechen. Also wenn ich das auseinanderhalten würde, wäre das eine sozusagen diese Wirkungsdebatte, die ich tatsächlich eigentlich für überflüssig halte und auch für falsch halte, so wie sie geführt wird. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine ideologische, eine politische Diskussion und ich glaube, die müsste man führen. Das heißt, man hätte jetzt als Gamer, könnte man sagen, du hast Gamer-Szene gesagt, es ist einfach falsch. Oder man könnte auch sagen, ja gut, du hast dich, vielleicht war das nicht der richtige Begriff, aber du hast einen Punkt. Naja, also erstmal glaube ich, müsste man als sogenannte Gamer-Szene sagen, hey, lass uns vielleicht einfach mal wieder ein bisschen runterkommen. Weil das, was Seehofer gesagt hat, das ist in fast allen seinen Aspekten falsch. Man muss aber auch sagen, danach hat sich dann der bayerische Innenminister Joachim Herrmann geäußert und hat die Gamer-Szene, die sogenannte, verteidigt. Der bayerische Ministerpräsident hat dasselbe getan. Das ist etwas völlig anderes, als wir das vor 20 oder vor auch 10 Jahren hatte. Also hätte man sich nicht vorstellen können, dass ausgerechnet Joachim Herrmann plötzlich der Gamer-Szene beispringt. Also ich glaube, ich verstehe diese Verwundungen, die es da gibt. Also die kommen aus einer Zeit, wo tatsächlich mit diesem Medium sehr falsch umgegangen worden ist, auch von Seiten der Medien. Ich verstehe, dass dieser Stachel tief sitzt, aber ich würde trotzdem sagen, hey, schaut euch doch mal an, wer hat denn gewonnen? Wir sind so weit, dass ein bayerischer Innenminister den Gamer beiseite springt. Da kann man auch mal so eine Aussage, glaube ich, wegstecken, wie vom Innenminister, die er dann eben noch relativiert hat. Also ich glaube, da müsste man einfach wirklich ein bisschen mehr Gelassenheit auf allen Seiten haben. Dann lass es doch jetzt mal ganz gelassen auf diese Veränderung schauen, die du da gerade beschrieben hast. Das ist ja auch ganz interessant, dass du sagst, okay, so hättest du die Äußerung noch gar nicht gegeben. Du hast schon vor, ich glaube, drei Jahren für das ZDF die Killerspiel-Debatte aufgearbeitet, hast mehrere Dokumentationen dazu gemacht, was damit auch für den Grimme-Preis nominiert. Wie hat sich diese Debatte in den vergangenen Jahren bewegt? Wie beobachtest du das, wenn du das mal vergleichst, was wir jetzt erleben, vielleicht im Vergleich zu der alten Killerspiel-Debatte? Ja, also die alte Killerspiel-Debatte war ja nicht nur geprägt von, sage ich jetzt mal, Hysterie und Unverständnis auf verschiedenen Seiten, geprägt von Generationenkonflikt. Das war dann natürlich alles, sondern es war teilweise auch, die war auch geprägt von, würde ich schon sagen, journalistischen und medialen Fehlleistungen. Wir befinden uns damals in einer Zeit, die eigentlich noch so, also das ist schon Internetzeit, es ist schon Web 2.0, es gibt sowas wie Blogs, es gibt sowas wie, ja, vielleicht schon so die Anfänge von einer fünften Gewalt, die vielleicht die vierte Gewalt die Medien kontrolliert. Es gibt sowas wie mediale Watchblogs schon. Und es gibt auf der anderen Seite eben Medien, die das nicht so realisiert haben, dass gerade etwas passiert. Also wir reden wirklich um das Jahr so 2006, 2007 herum. Wir haben auch einen großen Amoklauf in Winnenden. Und man stellt dann fest, dass zum Beispiel in großen Medien, also in großen Sendungen auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für den ich ja arbeite, tatsächlich journalistische Fehlleistungen passieren, wie sie, glaube ich, heute kaum mehr möglich wären. Also wo es nicht nur um La Palin geht, dass irgendwelche Genres verwechselt werden, sondern tatsächlich auch manipulativ gearbeitet wird. Und das fällt diesen Leuten auf, die Computerspiele spielen. Und die stellen sich die Frage, naja, wenn das jetzt schon so ist bei einem Thema, in dem ich mich auskenne, wie wird das bei anderen Themen sein? Und was passiert ist, dass man darauf eigentlich auf diese Kritik kaum reagiert. Und meiner Meinung nach wurde damals auch schon so eine sehr ungesunde Saat des Medienmisstrauens ausgelegt. Heute haben wir eine völlig andere Situation. Erstens haben wir Medien, die auf sowas reagieren müssen. Also heute würde man sich mit sowas einen veritablen Shitstorm einhandeln. Wir haben aber natürlich auch sowas wie Alterskohorten und einen Generationswechsel. Also ich sitze nicht nur in dieser Sendung, sondern ich sitze in vielen anderen Sendungen und bemühe mich dort, Computerspiele zu erklären. Wir haben Computerspiele im Feuilleton, jetzt nicht so oft wie, weiß nicht, Zwölftonmusik aus der Oper. Aber wir haben Leute in den Feuilletons, die sich nicht alle Kapseln reißen, wenn sie mal einen Controller in die Hand nehmen. Und wir haben sogar im Bundestag Leute, die spielen. Also die bayerische Digitalministerin hat das letztens in einem Interview mit dem Zündfunk, also auf Bayern 2, auf die Formel gebracht. Wir sind alle Gamer. Und das verändert natürlich viel. Natürlich gibt es dann immer noch Irritationen. Ich war letztens so vor zwei Tagen in der Sendung. Da wurden auch wild die Genres durcheinander gewürfelt. Aber mein Gott, das passiert halt einfach. Und das ist auch nicht schlimm. Aber wir haben nicht mehr die Fehlleistungen wie vor einigen Jahren. Und damit hat sich dieses ganze Thema so konstruktiv gewandelt, dass man jetzt eben über diesen zweiten Aspekt, den ich vorher erwähnt habe, also über diesen ideologischen Aspekt, ja jetzt eigentlich sprechen könnte, weil man nicht mehr so gefangen ist in diesen Schützengräben. Das heißt, Gamer, die das jetzt so harsch kritisieren und undifferenziert, die würdest du noch in so einem Schützengraben sehen? Naja, die haben ja teilweise recht. Natürlich muss man sich mit einer Aussage eines Innenministers immerhin kritisch auseinandersetzen. Also ich will das auch nicht kleinreden. Aber ich würde da eben gelassener sein und ich würde vielleicht mir wünschen, dass das andere Thema etwas mehr an Bedeutung auch gewinnt. Denn ich möchte auch nicht davon sprechen, dass jetzt irgendwie alleinig die Computerspielkultur ein Rechtsextremismusproblem hätte. Ich ärgere mich auch extrem darüber, dass über das wesentlichere Thema, nämlich Antisemitismus in dieser Gesellschaft, so wenig gesprochen wird. Aber ich finde, wenn man darüber spricht, dann kann man zum Beispiel ja auch darüber sprechen, wie ist das denn zum Beispiel beim Fußball, wo wir auch ein Rechtsextremismusproblem in Teilen haben, und zwar seit vielen Jahrzehnten. Dort gibt es aber Fanbeauftragte, dort gibt es Leute in den Kurven, die dafür kämpfen, dass es weniger Nazis gibt. Dort halten wichtige Personen aus dieser Kultur, wie Mannschaftskapitäne, Reden gegen Rassismus vor Spielen. Und ich frage mich ein bisschen, wo das so in der Kultur bleibt, die ich eben so liebe. Und das ist tatsächlich eine Diskussion, bei der ich mir wünschen würde, dass sie vielleicht intensiver geführt würde.